Musik Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unseren Plaudereien über himmlische Phänomene. Ich möchte Ihnen heute was erzählen über ein Objekt, das uns ganz nahe steht und das der Erde am allernahesten steht, nämlich über den Mond. Ich möchte Ihnen etwas darüber erzählen, wie der Mond entstanden ist. Wie entstand unser Trabant, der uns in einem Abstand, in einem mittleren Abstand von 300.000 Kilometer umkreist und den wir natürlich regelmäßig am Himmel sehen, wie er sich mit seinen Phasen ändert. Und dieser Trabant, diese Erscheinung am Himmel, hat uns natürlich nachhaltig in unserer ganzen Geschichte unglaublich beeindruckt. Es gab immer wieder Leute, die dem Mond alle möglichen göttlichen Eigenschaften gegeben haben. Selbst in der Überlieferung heißt es, wenn du deine Hämorrhoiden loswerden willst, dann hänge deinen nackten Hintern bei Vollmond in einer Ackerfurche. Aber nicht nur das, sondern auch Erdbeben, Kriege, die Menstruationszyklen, Albträume, Wehrwölfe, alles Mögliche wurde mit dem Mond zusammengebracht und man hat ihnen eine wirkliche magische Kraft zugeordnet. Das, was man allerdings tatsächlich weiß und was nicht aus den Mythen kommt, das hat zu tun mit der wirklichen physikalischen Wechselwirkung, die der Mond mit der Erde hat. Der Mond übt eine Kraft auf die Erde aus, weil er schwer ist. Und er ist etwas ganz Besonderes in unserem Sonnensystem, er ist nämlich der schwerste Mond, den ein Planet hat. Das soll heißen, das Verhältnis zwischen Planetenmasse und Mondmasse ist nirgendwo so klein in unserem Sonnensystem wie zwischen Erde und Mond. Wir haben einen Mond, der uns dienstgradmäßig gar nicht zusteht. So einen Mond, wie die Erde ihn hat, hat normalerweise nur ein Planet wie der Jupiter. Und deswegen, weil die Massen so vergleichbar sind, der Mond ist ein Einachtzigstel mal so leicht wie die Erde, weil das aber ganz immer noch relativ nah aneinander ist, wechselwirken diese beiden Körper sehr miteinander. Und wir wissen es von den Gezeiten. Jeder, der schon mal an der Nordsee in Urlaub war, weiß, dass die Eppe und Flut kommt und geht. Das sind 26 Zentimeter, Hub nur. Das heißt, der Mond zieht an der Erde einfach nur um 26 Zentimeter, aber diese Welle bewegt sich ständig um die Erde herum. Die Wasserwelle bewegt sich ständig um die Erde herum. Und diese Wechselwirkung zwischen Erde und Mond hat dazu geführt, dass der Mond in seiner Rotation gebremst worden ist. Deswegen sehen wir heute immer nur eine einzige Seite von ihm. Der dreht sich nicht mehr. Die Erde ist auch abgebremst worden. Die Erde hatte früher einen Tag von sechs, sieben Stunden. Und als dann der Mond um sie herum war, da wurde sie langsam durch diese Gezeitenwelle abgebremst. Praktisch wie so eine Autobremse, die langsam auf die Erde wirkte. Für die Entstehung des Mondes gab es drei Theorien. Zwei davon sind irrsinnig, die dritte ist wahnsinnig und die wahnsinnige ist die richtige. Die irrsinnige Theorie ist die, eine der irrsinnigen Theorien, ist die Tropfentheorie. Man nahm an, die Ur-Erde sei ein flüssiger Tropfen gewesen, der sich sehr schnell drehte. Und aus diesem Tropfen hat sich quasi wie so ein kleiner Tropfen der Mond abgespalten. Das ist nach dem, was uns die Apollo-Astronauten an Mondgestein mitgebracht haben, völlig unmöglich, weil die Zusammensetzung des Mondes das nicht zulässt. Die Zusammensetzung des Mondes ist mit dieser Tropfentheorie nicht vereinbar. Die nächste Theorie ist noch einen Tick irrsinniger, weil sie hat behauptet, dass der Mond eingefangen wurde. Die Erde flog also und der Mond kam sozusagen ganz langsam an und wurde von der Erde eingefangen. Dass er langsam kommen musste, ist klar, denn wenn er zu schnell geflogen wäre, hätte die Erde nicht eingefangen. Wie das zusammengehen soll, ist nun völlig unklar und das ist eben auch sehr, 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 sehr extrem unwahrscheinlich. Die wahnsinnige Theorie ist eine Theorie, wo man lange Zeit wirklich gedacht hat, das kann doch gar nicht sein. Die Einschlaghypothese. Ich sagte schon, der Mond ist ziemlich groß für die Erde. Und um so einen Mond hinzukriegen, musste ein gewaltiger Einschlag auf die Ur-Erde sich vollziehen. Im letzten Jahr haben amerikanische Kollegen zum ersten Mal ausgerechnet in Computersimulationen, was für eine Masse der Asteroid haben musste, der auf die Ur-Erde eingeschlagen ist und dann beim Zusammenprall mit der Erde aufgeschmolzen ist. Die Einzelteile haben sich aufgelöst, ein großer Teil des Mantels der Ur-Erde ist rausgeschleudert worden, es bildete sich ein Ring und in diesem Ring bildete sich der Mond. Damit dieser Ring aber nicht wieder zurückfiel auf die Erde, musste das Geschoss, was auf die Erde knallte, schwer genug sein. Es musste schnell sein und es musste schwer genug sein. Jetzt halten Sie sich fest, das Geschoss musste doppelt so schwer sein wie der Mars. Und das, genau, ungeheuerlich, ungeheuerlich, denn bei diesem Schlag hätte die Erde auch zerstört werden können, vor allen Dingen dann, wenn es nicht ein Seitenschlag gewesen wäre, sondern ein zentraler Stoß. Diese Überlegungen sind für die Entstehung des Lebens auf der Erde ganz entscheidend, denn der Mond hat neben der Gezeitenwechselwirkung, also die Übung, die wir schon mal hatten, Eppe und Flut, noch eine ganz andere Wirkung auf die Erde. Er stabilisiert diesen Planeten ungeheuer. Die Erde dreht sich einmal in 24 Stunden um sich selbst und sie dreht sich dabei um eine Achse. Diese Achse sind wenig geneigt, 23 Grad. Warum das so ist, ist nicht ganz klar, aber sie ist zumindest nicht 90 Grad, das heißt, sie dreht sich nicht hier zur Sonne hin, sondern sie ist leicht geneigt, dadurch kommen die Jahreszeiten zustande und sie schwankt im Laufe der Jahrtausende, aber nur ein ganz klein wenig, nur ein paar Grad. Und es haben Kollegen herausgefunden, wenn der Mond nicht da wäre, dass die Erdrotationsachse viel stärker schwanken würde. Diese Schwankungen der Drehachsen der Planeten kennt man von anderen Planeten. Der Mars zum Beispiel hat Achsenschwankungen hinter sich von bis zu 45 Grad. Und es ist vielleicht, ich meine, es ist völlig eindeutig, was passiert. Wenn die Drehachse sich ändert, dann ändert sich der Einstrahlwinkel der Sonnenstrahlung, dann ändert sich das Wetter. Und bei 45 Grad können Sie sich vorstellen, da ist die eine Seite deutlich heiser als die andere und es kommt zu fürchterlichen Wettererscheinungen. Wirbelstürme ist kein Thema, ist völlig klar, dann wird sehr viel Wasser verdampfen. Deswegen, wir merken ja schon auf der Erde, ob unsere Drehachse ein wenig von der Sonne weggewandt ist oder auf sie zugewandt. Die Eiszeiten haben viel damit zu tun, wie die Erddrehachse geneigt ist gegen die Sonne. Und dass der Mond so eine wesentliche Stabilisierungswirkung auf die Erde hat, das war lange Zeit nicht bekannt, das ist erst vor drei, vier Jahren ausgerechnet worden. Und so kann es sein, dass die Entstehung des Mondes, die ja, wie ich schon sagte, auf einen unglaublichen, auf einen geradezu wahnsinnigen Zufall beruht, dass nämlich zwei Planeten zusammengestoßen sind, dass die Entstehung des Mondes ganz wesentlich dabei mitgeholfen hat, dass das Wetter auf unserem Planeten einigermaßen stabil war. Und dass das Wetter stabil ist, ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich chemische Vorgänge abspielen können und damit das natürlich auch Leben entstehen kann. Das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, ist natürlich im Wesentlichen, beruht es darauf, dass wir wissen, wie das Mondgestein aussieht. Die Ergebnisse der amerikanischen Raumfahrt und damit wirklich die Gesteinsproben, die man mitgebracht hat, die auch von sowjetischen Robotern aus der Mondoberfläche rausgegraben wurden, die wurden in den letzten Jahren erst richtig analysiert und dabei hat man herausgefunden, dass die ganzen Hypothesen, von denen ich vorhin gesprochen habe, also die Einfanghypothese ist damit nicht vereinbar, die Tropfenhypothese ist damit nicht vereinbar, aber das Einzige, was übrig bleibt, um die Zusammensetzung des Mondes zu erklären, ist wirklich dieser Einschlag. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wie häufig ist denn sowas, dass also zwei Planeten im Grunde genommen wirklich aufeinanderstoßen können. Normalerweise entsteht ein Sonnensystem, also unseres, in einer Scheibenstruktur. Man hat alle möglichen Scheiben, man hat eine Scheibenstruktur um den Stern herum und in dieser Scheibe sehr viel Staub und Gas. Nun bläst der Wind, der Sonnenwind, nämlich der Sternwind, der bläst so mit 600 Kilometer pro Sekunde, am Anfang blies er stärker, denn der zentrale Glutofen, die Sonne musste sich erstmal einrichten, da war also wesentlich mehr Plasmaströmung. Der Sonnenwind ist ein schnelles Plasma von geladenen Teilchen. Dieser Sonnenwind treibt das ganze Gas weg. Und was übrig bleibt, sind Staubteilchen. Und diese Staubteilchen stoßen miteinander und sie werden größer. Je größer sie werden, umso größer wird ihre Schwerkraft. Und wenn ihre Schwerkraft immer größer wird, dann kommen mehr und mehr Staubteilchen zusammen und auf diese Art und Weise könnte eigentlich überall in dieser Scheibe könnten Planeten entstehen. Tun aber nicht. Denn es gibt nur ganz gewisse stabile Bahnen, die damit zu tun haben, wie das Gleichgewicht ist, von Schwerkraft, Schwerkraft des zentralen Körpers, also bei uns der Sonne, und der Drehkraft, also das, was durch die Rotation der Einzelteilchen zustande kommt, nach außen. Und so gibt es nur ganz bestimmte Bahnen, wo die Teilchen überhaupt nur stabil drum herumlaufen können. Und an diesen Bahnen bilden sich dann Planeten. Dass sich auf der Erdbahn zwei Planeten bilden mussten, damit sie also zusammenstoßen, oder aber, dass es einen riesengroßen Planeten gegeben hat, der immerhin doppelt so schwer war wie der Mars, um dann auf die Erdbahn einmal oder x-mal zu kreuzen, bevor die Erde getroffen werden konnte, das ist schon aus den normalen Computersimulationen, wenn man solche Berechnungen macht, für die Entwicklung des Sonnensystems kaum noch zu errechnen. Es handelt sich dabei also um einen wirklich großen, großen Zufall. Die Monde der anderen Planeten, also zum Beispiel vom Mars, Phobos und Deimos, sind zwei kleine Bröckchen. Der Mars hat die eingefangen. Das handelt sich dabei um Asteroiden, die einfach übrig geblieben sind, die kamen ihm zu nahe und die hat er einfach eingefangen. Bei unserem Mond handelt es sich um etwas ganz, ganz Besonderes. Und insofern ist natürlich die Überlegung, dass der Mond Auswirkungen auf den Menschen hat, wenn man das von hinten durch die Brust ins Auge bedenkt, dann schon wieder richtig. Ob man seine Hämorrhoiden damit wirklich bekämpfen kann, dass man seinen Hintern in die Ackerfurche bei Vollmond steckt, das wage ich denn stark zu bezweifeln. Wie überhaupt alle Mondkalender, Dinge, die damit zusammenhängen, stark bezweifelbar sind. Denn der Mond ist immer da. Auch wenn wir keinen Mond sehen, er ist immer da. Das bedeutet, die physikalische Wechselwirkung, nämlich die der Schwerkraft, die haben wir eigentlich immer. Und es gibt gar keinen Grund zu glauben, dass der Mond bei Beleuchtung anders wirken würde, als wenn er dunkel ist. Die ganzen Ergebnisse der Mondforschung sind in den letzten Jahren vervollständigt worden durch die zahllosen Satelliten, die wir ins Sonnensystem geschickt haben, wo wir die Monde von anderen Planeten entdeckt haben. Phobos und Deimos habe ich schon erwähnt, um den Mars. Merkur und Venus haben überhaupt keine eigenen Monde. Die großen Monde sind alle um die großen Planeten. Jupiter, Saturn haben große Monde. Und diese Planeten sind allerdings so schwer, der Jupiter zum Beispiel hat 300 Erdmassen, der Jupiter ist so schwer, dass sich um ihn herum genau das abgespielt hat, was sich in der Sonne um die Sonne herum abgespielt hat. Das heißt, um ihn herum hat sich eine Scheibe gebildet und in dieser Scheibe haben sich quasi als Planeten die großen Monde entwickelt. Um den Jupiter herum sind große Teile der griechischen Mythologie versammelt. Ganymed ist dort, Io ist dort und so weiter, wie überhaupt der große Teil der Monde in unserem Sonnensystem mit griechischen Namen besetzt wurde, weil man die Götterwelt an den Himmel projiziert hat. Die Monde um die anderen Planeten sind allerdings häufig überhaupt keine Gesteinsbrocken und sie sind entstanden, wie ich schon sagte, wie unser Sonnensystem insgesamt. Die Monde des Jupiters zum Beispiel sind sehr stark dadurch beeinflusst, dass sie in dem starken Magnetfeld des Jupiters laufen, die inneren Monde. Das heißt, die Monde, zum Beispiel der Io, wird durch das Magnetfeld des Jupiters richtig durchgewalkt förmlich. Man muss sich das so vorstellen, ein Leiter bewegt sich relativ zum Magnetfeld, dann wird ein Strom induziert, das kennen wir alle. Und dieser Strom ist so stark im Io, dass er seine geologischen Aktivitäten antreibt. Der Vulkanismus auf dem Io hat sehr viel damit zu tun, dass dieser Mond so nah an dem Jupiter dran ist, dass er richtig vom Magnetfeld und natürlich auch von der Schwerkraft durchgewalkt wird. Es gibt einige andere Monde, die im Sonnensystem inzwischen von Satelliten besucht werden und wo wir hoffen, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie das Leben auf unserer Erde entstanden ist. Denn diese Monde sind angefüllt oder die Oberflächen dieser Monde haben teilweise große Eisflächen. Unter diesen Eisflächen vermutet man flüssiges Wasser mit einer Stoffzusammensetzung, die der Ur-Erde sehr entspricht. Denn die Erde, um wieder auf unseren Mond zurückzukommen, die Erde, als der Mond zu ihr kam oder als der Mond entstand, hat die Erde eine ganz starke Abbremsung erlebt. Also neben der Stabilisierung, die der Mond auf die Drehachse der Erde ausübt, neben den Gezeiten, die zu dieser Abbremsung geführt hat, hat diese Abbremsung letzten Endes dazu geführt, dass wir einen angenehmen Tag haben. Wir haben inzwischen eine Tageslänge von 24 Stunden. Und als die Erde begann mit dem Mond, da drehte sie sich in 6 bis 7 Stunden. Der Tag war schnell und die Drehgeschwindigkeiten waren so hoch, dass das Wetter auf unserem Planeten ohne den Mond heute katastrophal wäre. Und so verdanken wir dem Mond nicht nur schöne Vollmondnächte, manchmal auch dunkle Neumondnächte und so manche optische Täuschung am Horizont, wenn wir glauben, der Mond wäre eine riesige Kugel am Himmel, sondern wir verdanken ihm auch die Konstanz unseres Wetters, die Konstanz der Sonneneinstrahlung. Und wir verdanken ihm somit die Grundlagen für unsere eigene Existenz, nämlich dass wir hier in vernünftigen Bedingungen seit Jahrmillionen leben können. Die gesamte Entwicklung der Erde und des Lebens auf der Erde ist so eng mit dem Mond verzahnt, dass wir ihm wirklich schon fast magische Kräfte zuordnen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017